Hallo wieder zusammen. Heute zeige ich euch ein paar Übungen für den unteren Rücken. Alles in Bauchlage bzw. auf die Unterarme. Wir starten in Bauchlage, Arme sind eng im Körper, Kinn immer schön zur Brust gezogen, Oberkörper erstmal anheben, Daumen nach außen rotieren, Oberkörper wieder senken, Daumen nach innen rotieren. Fußspitzen schön in den Boden drücken, Pomen anspannen, unteren Rücken festmachen. Nochmal zehn mehr. Weit nach oben, Schulterblätter schön zusammendrücken. Noch mal die letzten fünf. Hoch, hoch, hoch und wieder tief. Zwei nochmal mehr. Wobei wir den letzten oben halten. Füße mit lösen. Fußspitzen herangezogen. Haltet für ungefähr 30 Sekunden. Versucht die Oberschenkel wirklich mit vom Boden zu lösen. Nochmal für zehn Sekunden mehr. Die letzten fünf ein bisschen höher. Drei, zwei und absetzen. Nach jeder Übung einmal in den Frontstütz. Spannung aufbauen, Bauchnabel zieht nach innen. Drehung zur Seite tief und wieder hoch. Drehung zur Seite tief und wieder hoch. Drehen, Mitte. Drehen, Mitte. Tief und wieder Mitte. Noch mal drei mehr. Zwei mehr. Eine mehr pro Seite. Mitte noch mal halten. Halte zehn. Fünf. Und langsam absetzen. Gut. Zweite Runde. Der Frontstütz bleibt gleich. Erste Übung verändern wir. Arme leicht geöffnet. Oberkörper hoch und nur mit den Armen arbeiten. Hoch und tief bis 20 ziehen. Oben halten. Füße mit hoch. Oberkörper bleibt oben. Und mit den Beinen arbeiten. Bis 20. Halten. Aber nochmal alles zusammen. Zehn. Fünf. Drei. Zwei. Halten. Halten nochmal. Zehn Sekunden. Noch fünf. Und langsam absetzen. Wieder nochmal in den Frontstütz. Wieder Drehung rechts und links. Neunmal. Ich zeige euch es noch einmal. Tief, Mitte. Tief, Mitte. Auch wieder neue Wiederholung. Und dann in die letzte Runde. Arme sind angewinkelt. Kinn wieder zur Brust. Hoch den Oberkörper. Und nur mit den Armen arbeiten. Strecken und beugen. Wieder A5. Zehn. Wieder A5. Zehn. Letzte. Letzte. Halten. Beine mit hoch. Und nochmal bis 10 zählen. Fünf. Und langsam absetzen. Letztes Mal in den Frontstütz. Wieder die Drehung rechts, Mitte, links, Mitte. Und langsam absetzen. Gut. Dann solltet ihr den unteren Rücken durchaus gemerkt haben. Schulter, Nackenbereich auch natürlich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.